Jetzt folgt das Kommando zum Eintreten der Raketeinerinnen. Der Hochfrau bei Musikverein Bierbach ist die Andrea Wenigwieser und Frau Obmanns Stellvertreter ist der Martin Leiringer. Der Musikverein Bierbach besteht aktuell aus 55 aktiven Musikern und ist daher für die Größe von Bierbach mit knapp 1.000 Einwohnern schon sehr beachtlich. Das Durchschnittsalter der Kapelle liegt bei 31,5 Jahren. Er hat das dritte Musikverein Bierbach in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich bei den Konzertwertungen in der Oberstufe C an. So hat auch vergangenes Einwohner mit 153 Punkten wieder ein sensationelles Ergebnis erzielt. Mittlerweile zur Tradition geworden ist das Oktoberfest beim Musikverein Bierbach. Und zwar wird das heuer bereits zum fünften Mal stattfinden. Der Termin ist der 30. September. Und dort bei diesem Torfest werden auch die guten Blechbeckers wieder für stürmen sorgen. Wir sehen uns gleich in der Hej. In diesem Kommentar hat auch die Tür presen die Türrupte stehen. Und ich rufe der Tür whene die Türだ. Und das ist der Tür아요. Ja, seit 2014 ist der Musikverein Pierbahn übrigens ein stolzer Besitzer eines neuen Kompon-Lokals und da sind Sie besonders dankbar bei der Bevölkerung, bei der Gemeinde und bei der diversen Firmen für Sponsorinnen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.